ja hier leute was geht da ja es kann man wieder am start und ja heute mit einem live commentary wer es noch kennt, Angry Birds Epic wann ist das vorgestellt oder wann ist das ausgekommen ich weiß es jetzt nicht mehr ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau auf jeden Fall ja das kriegt man nur in wie heißt es Neuseeland Store genau und in Kanada sonst kriegt ihr es nirgends und ja es ist zwar gratis aber ihr braucht Zeit dafür so einen Account und ja legen wir mal los ich hab noch nicht einig geschaut ich bin neigärig ähm ja englisch hehehe ok äh ah ok die speciale Textrunde wahrscheinlich ähm irgendwo anders ein Stern und wahrscheinlich kann man dann sicher äh ok und ja wahrscheinlich kann man dann sicher ähm speciale Texte oder so machen was im Trailer gesehen hab also wird ziemlich sicher ziemlich geil ok der hat zum nächsten Gegner nicht ok die sind jetzt schon zwei machen wir den machen wir den erst dass der ist gefährlicher aber der hat immer noch Leben der Saksa oder Stier da gibt es ja so ähnliches wie bei South Park gibt es ja das mit Stab der Wahrheit das ist ja so irgendwie so kommt man vor das ist irgendwie so ähnlich weil da muss die auch mir kommt es halt so vor eine Tomate kann ich den von Schwein ins Gesicht schießen oder was das wäre witzig das wäre sicher witzig so das ist ja ich hab schon wieder keinen Stopper oder so gemacht ich weiß gar nicht wie viele Minuten ich werde schon wieder spülen Alter schaut ja hässlich aus der werde mein Topmodel ich halte ok mach ich halt so und jetzt Hä Das sieht voll behindert aus. Ah, okay, da unten ist jetzt die Chili. Ich soll wieder halten. Attack. Junge, du gehst mir am Pisser. Ah, okay. Der ist viel fett, Alter. Komm, verreck, Alter. Jetzt habe ich schon fast die Chili. Ich weiß nur, was mir das bringen wird, aber ich glaube, das... Hast du es gut? Ah, Tab. Ich muss lesen, Sebastian. Lies. Du, satt. Kann ich die Chili jetzt... Kann ich dir ins Gesicht drücken oder was? In die Augen so, das ist sicher geil. Ah, jetzt ist er auf. Jetzt war ich gerade vor auf Ecstasy wahrscheinlich. Ja, ich muss sagen, bis jetzt gefreut mir das Spür. Und ich finde wirklich, das ähnelt sich wirklich das South Park-mäßige. Da hast du ja auch so, du kannst Zauberer, Jude kannst du da sein. Was kannst du noch sein? Du kannst viel Sachen sein. Und ich glaube, da wirst du dann auch gewisse Charakter freischalten, wo Magier ist, wo... Ja, ich bin neigerisch, lass mich uns überraschen. Auf jeden Fall, wenn ihr Dings passt, ja, wenn sie das unterstützt, dann werde ich das weiter let's playen und machen wir das noch. Und dann werde ich das letzte, oder die Folge werde ich wahrscheinlich dann fertig machen. Ich mag das fette Schwein, Alter, das schaut so gründig aus. Was tut der eigentlich immer? Er bringt den so auch um. Ah, okay, die Chili-Schote ist jetzt immer bei uns. Das ist jetzt eine Special Attack, kann man sagen. Check schon. Der Metro, der sagt, der hat auch schon ein saufel Paar zu haben, Alter. Aber ich glaube, hat es uns... Ah, steht, jetzt sterbe ich. Ich sterbe jetzt sicher gleich. Alter, wenn ich jetzt schon stirbe, das ist bitter. Das wäre so bitter. Komm. Der ist immer noch nicht gestorben, Junge. Okay, jetzt bin ich... Ich glaube, ich bin hin, Alter. Nein, ist das dein Ernst? Wie dumm kann man sie eigentlich stören? Lacht's nicht so behindert, ich weiß. Alter, was sind das alle für fette Viecher, ne? Fell ab, der Rainbow Bar auf, ihr Goldenbeck. Alter, die fressen. So, erster Fail war schon. Nochmal. Weil der Kleine geht mir auch so auf den Pisser, he. Er ist jetzt weg. Okay, jetzt... Ah, immer noch nicht. Jetzt habe ich Schutzschritt nicht gehabt. Ich muss da oben bei der Anzeige schauen. Was macht der da? Läuft sich da irgendwie auf oder so? Das würde mich noch interessieren. Okay, jetzt muss ich so ein Schutzschritt einsetzen. Project. Keine Sinne. Leute, ich bin zu dumm dafür. Ah, okay. Ah, geil. So. Jetzt habe ich es, Leute. Jetzt habe ich es. So, Chili. Bamsen. Bamsen. Die Zunge. Ja, so, Leute. Das war jetzt der erste Part. Mal. Das ist noch dran. So. Jetzt habe ich es noch eine schöne Nachricht. Dann noch gekriegt. Ja. Das war es auf jeden Fall von mir. Lasst Bewertungen, Kommentar da. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.